Ja moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Infovideo, das ich schon seit längerem mal machen wollte und jetzt endlich mal dazu gekommen bin. Äh, ja, worum geht's in dem heutigen Infovideo? Ihr könnt es ja eigentlich am Titel wahrscheinlich schon ablesen, aber ich erwähne es trotzdem an der Stelle, es geht um die lange Collab-Pause, die es bei mir gab, also für die, die es nicht mitbekommen hatten, es gab bei mir eine Pause bezüglich Zusammenarbeit mit anderen Streamern, so über ein Jahr lang und ich wollte heute mal darüber reden, weil ich auch sehr, sehr oft gefragt wurde, was da eigentlich jetzt passiert ist, warum es das gab, ich werde das wirklich sehr, sehr häufig gefragt in Streams, aber auch manchmal bei Aufnahmen, aber hauptsächlich in den Streams und ja, ich finde es einfach mal wichtig, dass ich darüber rede und da wollte ich dann auch so ein paar Punkte in der Hinsicht mit euch abgehen, also heute gibt es übrigens kein Gameplay-Video, also kein Netzplay, sondern heute gibt es wirklich nur dieses reine Infovideo, ich weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, wie lang es ist, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das hier mal besprechen, wenn euch die Infos nicht interessieren, dann schaltet ab, aber wenn sie euch interessieren, dann hoffe ich, dass dieser informative Bereich hier eure Fragen dann beantwortet in der Hinsicht. So Leute, ich habe hier mal auf Paint gewechselt, damit wir mal das so ein bisschen visualisierter durchgehen können und habe hier auch mal so eine Liste von dem, was ich jetzt hier durchgehen will. Also so als ersten Punkt, warum gab es die Pause? Als zweiten Punkt, was genau ist eigentlich überhaupt passiert? Als dritten, was waren die schlimmsten und welche die besten Collaps? Und viertens, ob es noch weitere Collaps geben wird? Und ja, wir gehen das natürlich dann jetzt mal ein bisschen durch, diese Liste, was ich hier mir gerade aufgeschrieben habe. So, als erstes, warum gab es die Pause? Ich hatte das bei einem Splatoon-Stream als allererstes mal angesprochen, warum es überhaupt eine Pause gab. Und das lag schlicht und ergreifend daran, dass mir die letzten zwei Collaps, die ich gemacht hatte, wirklich so den Rest gegeben hatten in Collaps an Sicht. Also, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich mit verschiedenen Streamern, hier beispielsweise mit Akadari und so weiter zu tun hatte, schon so ein bisschen Schnauze voll, weil da drunter schon der ein oder andere war, der mir, um es nicht auszudrücken, volles Knie gepischt hat, beziehungsweise mich genervt hat. Es gab da den, zum Beispiel einen, der durchgehend nur am Beleidigen war oder einen, der nur am Träumen war. Da war ich schon ein bisschen fertig mit den Nerven. Und dann zusätzlich, dass ich von dem Hauptveranstalter von Akadari, mit dem ich mich eigentlich sogar gut verstanden hatte, dass ich da blockiert wurde, ohne dass der irgendwie mit mir vorher gesprochen hatte. Das hatte mich schon fertig gemacht. Dann hatte ich halt noch mit weiteren Content-Creatern hier Collaps gehabt, auch kleinere. Und darauf folgend hatte ich mit einem einen Stream gemacht, wo der mich innerhalb von 20 Minuten dazu gekriegt hat, den Stream zu beenden und zu sagen, dass ich diese Person niemals wieder hören will. Und ich weiß, dass nicht jeder mitbekommen hatte, was mit Ghostie und Blueberry war. Die mit ab schon schlimmsten Collaps, die ich übrigens hatte. Auf die Liste gehe ich ja gleich noch ein. Also mit denen hatte ich ja wirklich die allerschlimmste Collapse in meinem gesamten Leben bisher. Ich hoffe, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Ich gehe da gleich nochmal mehr drauf ein. Könnte ich eigentlich auch noch so als einen Unterpunkt machen. Was war eigentlich mit Ghostie und Blue? Ja, da gab es riesige Streitigkeiten. Und das ist so extremst ekelhaft ausgegangen. Und ekelhaft ist wirklich noch eine nette Formulierung. Dass ich danach wirklich die Schnauze voll erstmal vom Collaps hatte. Und dann erstmal nix mit anderen Content-Creatern zu tun haben wollte. Es war nicht der Punkt, dass mich Leute nicht gefragt haben. Ich wurde wirklich schon sehr, sehr oft gefragt, ob ich mit Leuten zusammenarbeiten will. Bei Virtual Live sieht man es ja beispielsweise, mit denen ich ja zum Beispiel Goose Goose oder Shellshock letztens gemeinsam gestreamt hatte. Shellshock sind sie ja dazugekommen, weil ich sie eingeladen hatte. Und ich versuche auch mittlerweile wieder aktiv ein bisschen mehr Collab-Partner zu kriegen. Aber darauf gehe ich gleich noch ein. Aber ja, diese riesigen Streitigkeiten waren der Hauptgrund zusammen mit dem Kamerad, der vorher war, der sich über ein Todeshaustier lustig gemacht hatte. Und zwar wirklich irgendeinen Tag danach, nachdem mein Hauskater, den ich sehr gemocht hatte und so über zehn Jahre hatte, an einer Krankheit gestorben ist, hat er sich darüber lustig gemacht, indem er sich Ingame den Namen gegeben hatte. Mein Kater hieß übrigens Merlin. Er hatte sich einfach Merlin tot genannt. Das hatte mich schon übelst fertig gemacht. Ich war dann schon übelst fertig mit den Nerven. Und ja, dann kamen halt noch zusätzlich die Sachen mit Ghostie und Blue dazu. Und dann hatte ich endgültig die Schnauze voll erstmal. Und seitdem habe ich auch übelstes Misstrauen gegenüber anderen Content-Creatern. Vor allem gegenüber weiblichen und warum ich mit weiblichen Content-Creatern wirklich wenig zu tun haben will. Ich bin übrigens nicht sexistisch. Das kommt einfach nur durch diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe nichts gegen weibliche Content-Creater an sich. Die sollen ihren Spaß haben. Aber wie gesagt, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Seitdem will ich jedenfalls nichts mit denen zu tun haben und bin sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden deswegen. So. Punkt Nummer zwei. Was genau ist passiert? Äh, ja. Also was mit dem vor Blue und Ghostie passiert ist, habe ich ja gerade eben genannt. Dass mich das schon fertig gemacht hatte. Wir können da halt auch direkt als Unterpunkt hier noch nehmen. Also als 2.1. Was war mit Blue und Ghostie? Äh. Weil das war ja wirklich das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das ist halt wirklich der Punkt, wo man am allermeisten drauf eingehen kann. Im Übrigen, ich will damit keine Hassreden an irgendwen schwingen. Wenn ihr danach bei denen Flame geben wollt oder sonst irgendwas, das ist alles eure Sache. Ich will mit den Personen, die ich hier alle nenne, mittlerweile auch nichts mehr zu tun haben. Zumindest die, die bei mir auf einem schlechten Treck sind. Also, ja. Gehen wir erstmal ein bisschen zurück, wo ich noch im Guten mit den beiden stand. Beispielsweise, als wir Mario Kart gemeinsam, äh, gedadet hatten. Oder ich mit Ghostie, äh, äh, gemeinsame Projekte hatte, äh, alleine. Die mittlerweile halt gelöscht sind, weil der Streit so immens war, dass ich denen nicht mal, äh, irgendeine Art von Support da lassen will. Und sei es nur, dass die in meinen Videos genannt werden. Ich hab zumindest, äh, die Prison Life Videos, äh, online gelassen. Aber alles andere, was mit denen zu tun hat, hab ich halt, äh, komplett gelöscht. Weil ich denen nicht mehr diese Art von Support gönnen wollte, nach dem, was für eine Scheiße Ghostie vor allen Dingen abgezogen hat. Aber Blue war auch nicht viel besser. Also, ja. Mit Ghostie hatte ich mich anfangs richtig gut verstanden. Deswegen wäre er, was beste Collapse angeht, eigentlich auf Platz 10 mindestens gewesen. Wären wir heute noch gut. Mindestens. Aber jetzt ist er halt wirklich auf Platz 1 in der Hinsicht, äh, in Hinsicht schlechteste Collapse. Und zwar, der ein oder andere erinnert sich wahrscheinlich nicht, dass es dieses Projekt überhaupt gab. Aber es gab mal das Projekt Beyond Contact. Das war ein Survival Game. Und wo wir das zu dritt gespielt haben. An der Stelle übrigens angemerkt, Blue hab ich das Spiel damals ausgegeben und sie eingeladen. Und das will ich nochmal, dass ihr das im Hinterkopf behaltet. Wir haben, äh, wirklich eingeladen. Und, ja, bei, äh, viele von euch kennen das Prinzip von Survival Games. Dass man, äh, dass man sich eine Basis aufbaut, dass man, äh, hier guckt, dass man sein Überleben sichert, äh, dass man Essen dort hat. Und so weiter. Und vor allen Dingen, dass man die Welt erkundet, um neue Sachen zu finden. Das Ding war aber, dass die beiden das Spiel wirklich ein bisschen zu ernst genommen hatten. Und, ja, sie haben da auf jeden Fall, äh, zuallererst Rollenaufteilung betrieben. Und das Ding war bei dem Spiel aber, alles, was, äh, sie in Rollen aufteilen wollten, konnte man einfach nebenbei machen. Beispielsweise Nahrungsbeschaffung. Du konntest keine 5 Meter, äh, laufen, ohne dass dir irgendwie Nahrung über dem Weg lief. Und, ja, ich wurde halt, äh, fast jeden Stream dafür angemeckert, weil sie unbedingt wollten, dass ich das mit der Nahrung nur mache. Obwohl ich, äh, denen gesagt habe, nehmt euch ein Netz, geht 5 Meter und, äh, fangt euch die Fiescher selber. So schwer ist das nicht. Ich hab das sogar noch in einem netteren Ton, äh, äh, gesagt, als ich es jetzt gerade habe. Und, ja. Ich durfte mir dann, äh, wirklich jeden Stream, es gab so, glaube ich, 5 Streams, äh, zu dem Spiel. Danach war er halt vorbei. Durfte ich mir das anhören. Ich durfte mir dann auch noch zusätzlich anhören, weil man konnte, wie gesagt, mit Netzen, Tiere dort fangen. Das, äh, ich wurde wirklich nach dem Stream sogar dafür angemauelt, dass ich dort, äh, ingame Tiere gefangen hatte, die Nutzfett hatten. Da hatte ich mir dann auch gedacht, äh, ihr könnt das nicht ernst meinen. Blue hatte sich übrigens die Einteilung gegeben, Basebau, äh, Goos, die Mineralabbau, äh, ich hatte, ähm, auch einfach Mineralabbau betrieben, weil ich hab, äh, denen nach wie vor gesagt, Nahrung, das kann jeder selber machen. Vor allen Dingen, äh, wir haben eine riesen Essensplantage, Ölmann gehabt und die haben dann trotzdem darauf bestanden, dass ich durchgehend Nahrung mache. Also, äh, das, äh, in Hinsicht auf Gameplay, dass ihr da zumindest so ein bisschen Hintergrund habt. Aber jetzt kommt der Teil, der das eigentlich getwiggert hat. Und zwar, gerade weil die das Spiel zu ernst nahmen, und ich hab ja auch gesagt, sie haben mich Offscreen dafür auch angeschrien. Nicht nur Onskine, sondern wirklich Offscreen. Ich hatte, äh, schon nach dem zweiten Stream ehrlich gesagt keine Lust mehr, mit denen das, äh, Spiel weiterzumachen, aber... Ich bin halt leider einer, der nicht bedingt sofort es sagt, wenn ihm irgendwas stört. Ich, äh, ich lass mir da meistens Zeit und bin auch meistens als, äh, zu nett einstufbar. Und zwar, man hat sich allein darüber beschwert, dass ich, also sie haben mich wirklich stundenlang dafür in Discord angeschrien, dass ich, äh, halt erkunden wollte. Ich wollte die Welt erkunden, äh, und auch ein bisschen Mineralien sammeln. Äh, äh, halt, äh, ein bisschen was für Lebewesen gibt's in dem Spiel. Und genau dafür durfte ich mir was anhören, und dann durfte ich mir anhören, ich wäre ein Egomane, nur weil ich das Spiel erkunden will. Und da hatte ich mir auch wiederum gedacht, äh, was soll das eigentlich? Also ich durfte mir da wirklich stundenlang, wirklich nach jedem Stream, nicht nur sofort danach, sondern auch mehrere Tage darauf folgend, immer verteilt über, stundenlang anhören, was für ein selbstsüchtiger Egomane ich wäre, weil ich das Spiel erkunden möchte. Und, wenn ich irgendwie einen Vorschlag gemacht hatte, wie man beispielsweise Situationen lösen konnte, weil, äh, da waren dann schon Streitigkeiten, ich hatte angeboten, irgendwie die Streitigkeiten zu lösen, mit einem Gespräch. Ich, äh, ich wurde dann dafür angemaut, weil ich irgendwas überhaupt wollte. Also, ich durfte dann nicht mal mehr eine eigene Meinung ab, äh, Stream 3 Gruppen gesagt jetzt haben. Da war ich dann so mies gelaunt, dann beim allerletzten Stream irgendwann, weil ich durfte halt wirklich gar keine eigenen Entscheidungen mehr treffen, weil, sobald ich irgendwie, auch nur ansatzweise irgendwie, ähm, einen Vorschlag gemacht hatte, durfte ich mir schon was anhören. Da hatte ich dann auch den Stream sogar, äh, äh, weil es war halt die reine Wahrheit, äh, dann auch genannte, ich weiß, dass ich das damit dann ein bisschen provoziert habe, aber ich hab's dann halt trotzdem gemacht, weil ich wollte, dass die das auch mal so ein bisschen, äh, merken, was die da eigentlich machen. Dass, äh, die beiden den Stream bestimmen, ich hab den Stream dann auch wirklich so genannt. Und, was mich dann auch, äh, mich persönlich ein bisschen getriggert hatte, dass sie dann das, was ich vorschlagen wollte, als ihre eigenen Ideen umgesetzt haben, aber mich dann dafür angemeckert haben, wenn ich das machen wollte. Das hatte mich dann auch ein bisschen hart getriggert. Und dann, gegen Ende des letzten Streams, äh, ist das fast zum Überlaufen gekommen, weil, ja, wie gesagt, die haben das Spiel ein bisschen zu ernst genommen, die Welt darin reininterpretiert. Und... Blue wollte unbedingt Credits, äh, für eine Tür haben, die sie in dem Spiel gebaut hatte. Und dort gab es, äh, Raids in dem Spiel, wo ein NPCs, äh, die Basis raiden wollen und kaputt machen wollen. Und ich hatte nur gesagt, äh, tut mir leid, Blue, die, äh, interessiert mich grad ein bisschen weniger. Dieser Raid, der da gerade reinkommt, der interessiert mich gerade wesentlich mehr. Und... Ja. Ich hab ja schon erwähnt, dass die das Spiel ein bisschen zu ernst genommen haben. Und... Blue ist dann nach dem Stream völlig ausgerastet. Und hat mir dann, äh, vorgeworfen, was für ein egomanisches Schwein ich, äh, wäre, weil ich ihre Tür nicht wertschätze. Dabei hab ich ihr sogar dann noch versucht, noch mal zu erklären, äh, dieser Raid da, der war mir gerade wichtiger als eine Tür. Vor allen Dingen, äh, ich bin sowieso einer, deren Dreck auf Aussehen, ehrlich gesagt, gibt bei solchen Spielen. Klar, ein bisschen will ich, dass die Basis, äh, schon anständig aussieht, aber gehen wir mal wirklich den ganzen Schritt. Ich denk mal, keiner von euch interessiert sich dafür, wie eine doofe Tür aussieht. Und ich entschuldige, äh, den Ausdruck doof. Aber, es, äh, der ist angebracht hier an der Stelle. Ihr dürft gerne eure eigene Meinung hierzu dann auch noch sagen. Aber genau das ist das, äh, was, äh, das dann zum Überlaufen gebracht hatte, dass wir dann erstmal nicht gestreamt hatten. Wir wollten das dann Ostkling klären. An der Stelle aber erwähnt, dass es auch wieder sehr parteisch war. Dass man, man hat mir an der Stelle gar nicht mehr zugehört. Ich hab sogar angeboten, nochmals, mehrmals, die Streitigkeiten in einem ruhigen, friedlichen Gespräch, vielleicht sogar mit einer Drittperson, die nichts damit zu tun hat, zu lösen. Und, ja, gehen wir erstmal auf den Punkt Blue dann an der Stelle ein. Also, Blue ist ja, wie gesagt, vollkommen ausgerastet. Und hat mich dann wirklich tagelang nur noch angeschrien im Discord. Und, ja, ich durfte mich dann für Sachen entschuldigen, für die ich nicht mal was kann. Für, äh, gefühlt durfte ich mich für meine Existenz entschuldigen. Weil ich, äh, so ein extrem großer, äh, sexistischer Egomane wäre, nur weil ich ihre Tür, wie gesagt, nicht wertgeschätzt habe. Und ich hab mir halt wirklich nur gedacht, Mädel, das kannst du nicht ernst meinen. Und, ja, das ging, wie gesagt, tagelang so, bis ich irgendwann, äh, die Schnauze voll hatte und dann einfach nicht mehr auf den Chat da reagiert hatte. Ich, und dann zusätzlich hatten die beiden dann hier so mal vorgeschlagen, hier so mal aufzuzählen, was einen in dem Projekt gestört hatte und was man verbessern könnte. Ich hab mich dementsprechend dann auch tatsächlich mal beteiligt, weil ich wollte die Streitigkeiten lösen. Und alles, was ich aufgeschrien hatte, was mich gestört hatte, beispielsweise, dass sie mich angeschrien hatten, dass, äh, es sich so angefühlt hätte, als ob man, äh, nicht gleichberechtigt wäre, weil, äh, ich durfte halt wirklich gefühlt gar nichts mehr machen von mir aus. Haben die dann so getan, als hätte ich das bei denen gemacht. Da, äh, da hatte ich dann endgültig die Schnauze voll und bin aus dem Gruppenschat raus. Und hab dann auch, äh, gesagt, ich hab keine Lust mehr darauf, das Projekt ist vorbei. Ihr hört mir ja nicht mal zu. Aber, ab hier geht die Geschichte noch weiter und zwar kommt jetzt der Faktor Ghosti. Also, ein paar Tage darauf, wir wollten die Sache erst mal ruhen lassen, wir waren da noch nicht so extrem in einem Streit, dass wir uns gegenseitig blockiert hatten. Da hatte Ghosti mich angeschrieben und, äh, hier kommt jetzt wirklich die große Frechheit, dass er unbedingt meinen Speicherstand haben will. Ich zitiere übrigens, wie er danach gefragt hat, äh, bitte gib mir, äh, die Speicherdateien von deinem PC, damit ich das Spiel alleine weiterspielen kann. Weil wir dich nicht mehr dabei haben wollen. Ich, äh, ich hab mir da wirklich gedacht, Junge, das kannst du nicht ernst meinen. Du schießt jetzt gerade doch komplett den Vogel ab. Ich habe, ähm, äh, ihn da einfach nur nochmal angeschrieben, möchtest du die Streitigkeiten klären? Wollen wir ihn ein ruhiges und friedliches Gespräch haben? Dann hat er mich beleidigt und gesagt, gib mir die Speicherdateien gefälligst. Also, äh, dann habe ich, äh, gesagt, Junge, weißt du eigentlich, was du hier gerade von dir gibst, was du von mir verlangst? Dann hat er mir vorgeworfen, ich hätte das Spiel zu ernst genommen, aber an dem Punkt war mir das Spiel wirklich komplett egal. Mir ging es wirklich nur noch um das, was dahinter war, dass ich halt, äh, wirklich durchgehend angeschrieben wurde. Halt, ich hatte halt wirklich überhaupt keinen Spaß mehr an dem Projekt. Im Übrigen, falls ihr wollt, dass ich Beyond Contact nochmal vielleicht mit Akaria versuche, dann könnt ihr mir das gerne schreiben, weil das Spiel war eigentlich recht nice, aber, äh, ich hatte, äh, halt diese schlechte Erfahrung damals. Er hatte mich dann da wirklich angeschrieben, auch dann darauf folgend, was, äh, für ein Wichser ich wäre, dass ich so unhöflich, äh, mit ihm rede, ohne Respekt. Dasselbe übrigens, äh, auch bei Blue. Sie hat mir auch vorgeworfen, ich wäre ein respektloser Arsch. Obwohl ich mehrmals angeboten habe, die Streitigkeiten zu klären. Aber, wie gesagt, mir hat ja keiner von beiden mehr anständig zugehört. Und, ja. Danach hatte, äh, irgendwie endgültig die Schnauze voneinander voll. Das kann man nicht mal mehr beschönigen, dann an dem Punkt. Weil er war dann angepisst, weil ich ihm die Dateien nicht geben wollte, gerade, vor allen Dingen, äh, ich hab ja zitiert, wie er danach gefragt hat. Ich denke mal, keiner von euch hätte dann die Speicherdateien rübergegeben. Dass, äh, dass wir uns dann endgültig gegenseitig blockiert haben und seitdem haben wir auch keinerlei Kontakt mehr miteinander. Ich hab ihn damals dann auch vor meinem Server gebannt. Auch, äh, dann den treuesten Kollegen, weil ich will nicht riskieren, dass die bei mir dann weiter nerven kommen. Und dasselbe hab ich mit Blue gemacht. Weil, weil ihr sind wirklich ein paar von ihren Kollegen gekommen und haben mich gepestet, weil ich ein extremes Arschloch angeblich wäre. Nur weil ich, äh, ich hier nicht nach deren Pfeife getanzt habe. Und, ja, das war im Groben und Ganzen die ganze Geschichte. Und wenn ihr jetzt, ähm, das so gehört habt, dann versteht ihr eventuell auch, warum ich mit weiblichen Content-Creatern nichts mehr zu tun hatte. Ghostly war übrigens männlich, für die, die es nicht wissen. Aber Blue ist ein weiblicher Content-Creater gewesen. Beziehungsweise ist es noch. Und, ja, seitdem will ich halt, wie gesagt, nichts mehr mit weiblichen Content-Creatern zu tun haben oder die sich als weiblich ansehen. Weil die, die bei mir, äh, diesen Krawallstiffen gegangen sind, das waren alles auch weibliche Content-Creater, die dann noch zu mir rüber kamen, um mich zu, äh, pesten. Die sind übrigens auch alle blockiert. Und, ja, seitdem habe ich mit dem ganzen Trupp da nichts mehr mit zu tun. Das ist so im Groben und Ganzen, was passiert ist und was mir Endgültigkeit, wie gesagt, den Rest gegeben hatte, dass ich keinerlei Lust mehr auf Collapse hatte, weil ich so extremst schlimme Collapse hatte. Vor allem halt die beiden. Und, ja, das ist im Groben und Ganzen das, was passiert ist. So, als nächstes Punkt 3. Was waren die Schlimmsten und welche die Besten Collapse? Und vor allem Ding, warum waren sie die Schlimmsten beziehungsweise Besten Collapse? Gehen wir erst mal auf die Schlimmsten ein. Ich habe hier mir auf meinem Handy hier so eine Top Ten mal auch notiert, damit ich nicht hier irgendwas verwechsel mit den Namen. Also, ganz oben auf Platz 10 haben wir hier Exos Heroes Move. Der war damals für ein Projekt mit dabei, für Corekeeper. Ich hatte mich eigentlich mit ihm relativ gut verstanden, deswegen ist er auch nur auf Platz 10. aber er hatte sich nach zwei Streams halt schon beschwert, weil ich da Offscreen mal ein bisschen Heilung zusammengefarmt hatte und da hatte er mir halt so eine Sachen vorgeworfen hier, ich würde das Projekt die ganze Zeit allein machen wollen, obwohl ich eigentlich das schon mit anderen zusammen machen wollte und, ja, er ist dann nach dem dritten Stream rausgegangen und seitdem habe ich halt nie wieder was von ihm gehört. Aber, dass er mich dann halt angeschrien hatte dafür, naja, angeschrien ist es nicht, er hat schon in einem freundlichen Tun, aber er hat sich schon stark laut, stark beschwert, weil ich angeblich das komplette Projekt alleine als Display machen wollte. Wir waren damals zu viert und die anderen beiden, die erwähne ich gleich noch, die hatten sich nicht beschwert, die fanden das eigentlich so recht gut, dass ich ein bisschen Heilung und Essen vorher ein bisschen zusammengefarmt hatte, damit sie ein bisschen leichter in dem Projekt haben. Ich habe nicht mal aktiv irgendwas gemacht, ich habe wirklich nur da Essen zusammengefarmt und Heilung, damit wir halt ein bisschen ein einfaches Projekt machen können. Ich wollte Callkeeper eigentlich auch noch mal neu noch mal machen, aber dafür fehlen mir die Leute. So, als nächstes habe ich darauf auf meiner Liste, der wäre übrigens, was die Besten angeht, auch auf demselben Pleistens. Ich glaube, der hat seinen Namen seitdem dreimal geändert. Aber, ja, warum ist er überhaupt bei mir auf Platz neun der schlimmsten? Also, der Kamerad ist auf jeden Fall ein netter Kerl. Aber, er ist auch der Grund dafür, dass ich Blue und Ghost überhaupt erst am Hals hatte. also, er hat es mir vorgestellt und nach dem, was da passiert ist, ich weiß, dass er nichts dafür kann, aber irgendwie gebe ich ihm trotzdem eine Mitschuld. Und deswegen ist er bei mir in der Top 9 der schlimmsten Collapse. Zusätzlich kann man auch noch erwähnen, dass er mich halt auch nach dem ersten Stream direkt geghostet hat, obwohl wir uns eigentlich extrem gut verstanden hatten. So, auf Platz 8 der schlimmsten Collapse haben wir jemanden, der mittlerweile übrigens aufgehört hat, nämlich auch jemand, der mich geghostet hat, nämlich hieß der Kitu. Mit dem hatte ich eine einzige Aufnahme zusammen und ja, der wollte mich tatsächlich sogar nur dafür ausnutzen, um bei sich ein bisschen mehr Fame zu kriegen und das hat er auch offen und ehrlich mir gesagt. So am Ende der Aufnahme für so, ja, danke dafür, dass ich dank dir mehr Zuschauer kriege. Du bist dann jetzt nicht mehr weiter wichtig. Das war dann auch das Ende des Gespräches. So, auf Platz 7 der Top 10 schlimmsten haben wir Akadari. Genau genommen den Hauptveranstalter, wir können auch Akadari Town sagen, die Seite gibt es noch, von denen und zwar Yannick. Ich habe mich extremst gut mit ihm verstanden eigentlich, deswegen wäre er, was die besten Collapse angeht, bei mir eigentlich sogar auf Platz 2 mindestens oder 3. Aber es kommt halt dieser Faktor, den ich gegen Anfang schon irgendwo erwähnt habe, dass er mich einfach nach, wir haben zwei Jahre miteinander zu tun gehabt, uns wirklich immer gut verstanden, wir hatten so viele Projekte miteinander, dann hat er mich aus heiterem Himmel blockiert, ich habe ihn versucht, irgendwo anzuschreiben, aber er ging nicht, weil ich halt überall blockiert war und dann habe ich versucht, halt über Twitter, weil eine andere Möglichkeit ist mir nicht mehr eingefallen, ihn zu fragen, warum ich blockiert bin, sah mir einfach, da ging das nicht dann gerade schön aus, er hat mir keine Gründe genannt, aber, ja, es kam dann zu keinem weiteren Gespräch und ich war da ehrlich gesagt, dann traurig, dass so aus heiterem Himmel jemand, mit dem ich mich richtig gut verstanden habe, mich auf einmal aus heiterem Himmel blockiert hatte, ohne überhaupt irgendein Wort mit mir vorher drüber zu reden, wenn es irgendwelche Probleme gibt, Leute, dann bin ich der Erste, der versucht, sie zu lösen, aber wenn die Person gegenüber nicht mal versucht, mit mir zu reden, dann kann man auch nichts machen, so, die nächsten drei werden übrigens auch alle mit Akadari zu tun haben, an der Stelle, beziehungsweise mit Akadari auf Platz 6 haben wir Palbanter, der wäre bei mir, was Beste Collabs angeht, auf Platz 7, ungefähr, vielleicht in Platz 6, und zwar haben wir Palbanter dort, ich blende übrigens extra keine Bilder oder sonst was ein, falls jetzt wirklich welche von euch dort haten gehen wollen, ich will das ein bisschen damit unterbinden, im Übrigen, alle die mit Akadari zu tun hatten, also mit Akadari ist sie ihm heutzutage nicht mehr, also selbst wenn, könntet ihr die wahrscheinlich eh nicht nerven gehen, darum habe ich Palbanter jetzt auf Platz 6 der schlimmsten Collabs, das kommt durch den Faktor, ich habe mich wie gesagt eigentlich richtig gut mit ihm verstanden, aber er hat in den Streams auch deutlich mir gegenüber gezeigt, auch bei Streams, wo ich jetzt nicht den Stream mit anhatte, dass er mich überhaupt nicht ernst nimmt und dass er sogar sehr stark auf mich herabsieht, also er hat auch wirklich raushängen lassen, dass er mich als einen Spasten ansieht, er hat es wirklich raushängen lassen und das hat mich schon sehr stark gestört und da kommt halt auch noch zusätzlich der Faktor dazu, dass er mich geghostet hat und auch irgendwann da der Kontakt dann verloren ging, obwohl ich mich eigentlich richtig gut mit ihm verstanden hatte, auf Platz 5 im Extrem, auch er mittlerweile nicht mehr aktiv. Da kommt eigentlich dasselbe zustande wie bei Palbanta und Yannick, ich habe mich anfangs gut mit denen verstanden, aber beim Extrem kommt halt dazu, neben dem Ghosting, dass er halt auch noch durchgehend am Träumen war, halt nicht nur Onscreen, sondern auch Offscreen. Im Übrigen bei Palbanta will ich noch anmerken, dass er mich sogar angelogen hat, wenn es um Streams ging, weil wenn ich mit ihm verstanden streamen wollte, McStream hat das auch teils gemacht, aber Palbanta ein bisschen heftiger, dass er mir angelogen hatte, er hätte keine Zeit und zwei Minuten später sehe ich, dass er einen Stream anhat und er hat mir vorher gesagt, er hätte keine Zeit zum Streamen, weil er irgendwo hin muss. Dann sehe ich, wie er einen Game-Stream macht. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich mir verarscht vorkomme und McStream ist einfach nur einen Platz niedriger, weil er mir halt zusätzlich auch durchgehend nur am Trollen war. Auf Platz vier kommt Dave oder wie er auf Twitch hieß, einfach Dave. Er ist tatsächlich noch aktiv, habe extra noch nachgeschaut. Also bei ihm kommt kein Ghosting oder so weiter, sondern da kommt die Blockade wirklich von mir und ab hier kommen wir jetzt langsam auch endlich in den Bereich, wo die wirklich schlimm sind. also wo das noch die anderen wie kleine Fische gegenwirken beziehungsweise gefühlt nichts getan haben dagegen. Dave ist auf Platz vier, weil er hat mich sowohl in als auch außerhalb des Teams fast durchgehend beleidigt. Also er hat mich wirklich durchgehend fertig gemacht. Zusätzlich kommt dazu, dass er auch die ganze Zeit nur am Lügen war, was ich sehr unsympathisch fand, aber mich hat wirklich diese Tatsache fertig gemacht, dass ich keinen Stream mit ihm bestreiten konnte, ohne dass er mich mindestens eine halbe Stunde lang am beleidigen war. Zusammengerechnet. Und ja, das hat mich dann übelst gewurmt. Ich fand es nicht so geil, einen Stream anzuschalten und dann allein schon in den ersten fünf Minuten, bevor überhaupt die Vorschau abgelaufen ist, schon die erste Beleidigung an den Kopf geworfen zu kriegen. Ich bin nicht so extrem sensibel, wie ihr denkt. Wenn ich jetzt hier beispielsweise mit Kai und so weiter Mario Kart spiele und Kai schreit dann, weil ich ihn so im letzten Moment überholt habe, dass er mich dann mit Sauhunden beschimpft oder du Penner, das juckt mich dann nicht. Ich weiß, dass er nicht ernst gemeint, aber er hat mich halt wirklich mit Hey, du Wichse angeschrieben oder mit Idiot und so weiter und das halt im Dauertakt zu hören oder man es halt irgendwie auch noch lustig interpretieren könnte. Ist halt nicht so geil. So, auf Platz 3, wie gesagt, jetzt kommen die richtig schlimm, kommt Grimmael. Die Top 3 würde ich jetzt übrigens tatsächlich sagen, geht da am besten nicht vorbei, weil hinter den Szenen sind das echte Arschgeigen und das ist noch freundlich ausgestrückt. Ich würde euch auch keine Collapse mit diesen Leuten empfehlen. Und zwar Grimmael, ich habe ja gesagt, dass es pur Blue und Ghostie jemanden gab, der in dem Stream und es gab nur einen einzigen Stream, wo ich mit diesen Kameraden zusammengearbeitet habe, sich über mein Todes Haustier lustig gemacht hat und das war Grimmael. Er fand das halt auch noch so mega lustig, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich leider Gottes einer bin, der nicht sofort sagt, was er so auf dem Herzen hat, was er jetzt schlimm findet, deswegen kommt dieses Video zum Beispiel auch ein bisschen spät und ja, hatte ihn nach wie vor nach diesem Stream echt auf den Kiker gehabt, hatte keinen Bock mehr auf ihn, so wirklich, habe mich aber noch weiter mit ihm leider ein bisschen unterhalten, er kam dann auch zufällig mal in einen Stream rein und da war ich sowieso schon genervt, nicht nur von ihm, auch vom Spiel selber, weil da hatte ich einen richtig schlechten Tag und da habe ich dann einfach nur genervt zu ihm dann gesagt, ach, jetzt ist hier noch so einer das war nicht mal in irgendeiner Weise schlimm gemeint, aber er hat das direkt so als was richtig schlimm ist aufgefasst angeblich das ist dann halt auch wieder so ein Punkt den ich auch den nächsten beiden zuwerfe dass die alles viel zu ernst nehmen und zwar durfte frei und hat mich dafür entschuldigt dass ich so genervt auf ihn reagiert hatte dass er hat dann sogar runter gespielt dass er sich über meine tote katze lustig gemacht hatte er hat sich darüber beschwert ich hab mich zwar nur über deine katze lustig gemacht aber das heißt nicht dass du so genervt auf mich reagieren darfst und dann habe ich gesagt doch darf ich weil du hast ich über meinen toten haus kater den ich sehr geliebt habe einfach sofort lustig gemacht man macht sich nicht über tote lebewesen lustig leute das macht man einfach nicht und ja das war dann der punkt wo er blockiert wurde bei blue und ghosty muss ich glaube ich eigentlich gar nicht erwähnen warum sie sich platz 2 und 1 teilen es fällt mir eigentlich sogar schwer zu sagen wen ich eigentlich auf Platz 1 schicken würde aber ich würde tatsächlich sagen ghosty weil ich mit ihm mehr zu tun hatte und halt wegen der Geschichte die am Ende passiert ist wo er diesen richtigen Arschloch Move abgezogen hat ich habe die Geschichte schon mal erzählt was da passiert ist und selbst da hat jeder damit darauf reagiert und mir zugestimmt dass ich da im recht lag man hätte drüber reden können also Blue ist auf Platz 2 und Ghosty ist auf Platz 1 und warum habe ich ja eigentlich gerade eben bei Punkt 2 schon erzählt es ist halt wirklich schlimm was da passiert ist und das was er am Ende abgezogen hat Ghosty auf Platz 1 gebracht was die schlechten Collapse angeht meine besten Collapse 1 bis 5 die davor lasse ich jetzt mal alle weg sind momentan mit den Leuten von virtual live mit denen vertrage ich mich richtig gut es fällt mir schwer die überhaupt da einzuordnen welcher Platz 5 oder Platz 1 kriegen würde weil ich finde die Leute dort alle sympathisch und mit denen mache ich deswegen sind sie auch in den guten auch ein paar Wannser wäre eigentlich so Platz 8 ungefähr gewesen in der guten aber halt 6 in der schlechten und ich habe ja auch gesagt hätte Ghosty nicht diesen Mist abgezogen wäre er mindestens auf Platz 10 gewesen aber jetzt ist er auf Platz eins der schlechtesten halt und nach wie vor ich empfehle nicht mit Ghosty Blue oder Grimm für die Content Quater unter euch die eventuell vorhaben mit denen zusammenzuarbeiten das zu tun weil wie gesagt die nehmen alles zu ernst und ihr dürft euch wirklich für jede Kleinigkeit was anhören ich meine ich durfte mir Stunden über Tage verteilt anhören was für ein Arsch ich bin nur weil ich eine Tür nicht gewürdigt habe also meine Top 5 sind auf jeden Fall was die besten angeht Good Fitness und so weiter aber natürlich auf Platz 1 würde ich auch wenn sie keine Kanäle haben Kai und Sunny auf jeden Fall einen Ort Kai auf Platz 2 weil mir oftmals sein Ego Trip auf den Sack geht nur deswegen wäre auf Platz 2 aber Platz 1 teilen sich eigentlich Sunny und Kai so Platz 5 bis 3 sagen wir Ok kommen wir jetzt mal so langsam zum letzten Punkt Wird es weitere Collabs geben Ich habe ja jetzt darüber gesprochen was so richtig schlimm war an den ganzen Collabs warum es die ganze Collab Pause überhaupt gab Wie gesagt mit weiblichen Content Creators versuche ich überhaupt gar nicht erst mehr wirklich Collabs zu haben das ist kein Sexismus von mir auch wenn ihr euch weiblich fühlt würde ich nichts mit euch zu tun haben gerade weil ich so extrem schlechte Erfahrungen mit weiblichen Content Quätern habe ich glaube dass ein Ghost die Trans ist deswegen sage ich auch welche die sich weiblich fühlen also er hat schon oft Signale dafür gegeben dass er glaube ich lieber weiblich wäre aber das soll jedermann seine Sache sein jedenfalls mit weiblichen Content Quätern vor allem will ich deswegen nichts zu tun haben und ja ich versuche aber trotzdem mir weitere Collapse tatsächlich so ein bisschen anzutreiben jetzt nicht nur mit Sunny Kai Akaya mit denen ich mich seit Jahren gut verstehe auch wenn Akaya beispielsweise oftmals seinen Ego Trip hat und ich verstehe mich echt gut mit ihm und ich weiß dass der ein oder andere eigentlich gar nicht versteht warum ich mit ihm zusammen arbeite er ist jemand den ich online kennengelernt mit dem ich mich einfach extrem gut verstehe wir sind seitdem halt echt gute freunde Sunny und Kai verstehen sich nicht so sehr mit ihm aber vor der king beispielsweise arbeiten sie halt mit ihm zusammen und ja ich versuche Collapse zu machen dass wir mal neue machen können dass ihr nicht immer nur dieselben Gesicht seht dass ich auch mal mit mehr Leuten zusammen arbeite ich versuche nämlich ich zum beispiel jemanden den ihr aus den Clip Complications beispielsweise schon oft gesehen hat mit David Chris oder mit Vivit zusammen mal zu arbeiten da habe ich schon die Collapse angeboten und sie werden und sie werden halt auch beide dafür sehr offen mit Virtual Life beispielsweise versuche ich ja schon mehr Collapse zusammen zu kriegen aber da gehen meine Fragen eher unter also ich frage und keiner reagiert aber ganz ehrlich das war bei Akedari Tau und auch so da wurde ich auch sehr stark ignoriert wenn ich nach Collapse gefragt habe also ja an der Stelle muss man halt sagen es ist nicht so leicht wie ihr denkt eine Collapse zu machen man muss die richtigen Leute finden ich bin nach wie vor mittlerweile sehr sehr skeptisch geworden dass ich nicht jedem sofort vertraue ich habe sehr sehr starke Probleme durch die Ereignisse die passiert sind vor allem mit den zwei Köppen die auf Platz 2 und eins der schlimmsten Collapse waren dass ich mich überhaupt mit anderen Content Quätern verstehen kann ich bin mittlerweile so darauf eingetrichtert okay ich muss jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen bevor ich überhaupt einen Stream mit dem mache sind die okay regen die sich über die kleinsten kleinigkeiten auf wie die beiden ich bin übrigens jemand ihr könnt mir in GTA mit einer Orbitalkanone in die Fresse ballern mir wäre das am Ende des Tages nicht egaler was im Spiel passiert bleibt bei mir auch in dem Spiel ich bin nicht so nachtragend aber mir geht es halt auf den Sack wenn andere es sind wenn du dir wirklich wie damals halt mit der Tür dann stundenlang was anhören darfst obwohl das eine Sache ist über die man sich eigentlich nicht mal aufregen sollte und vielleicht eine Psychiatrie besuchen sollte wenn man es tut das war übrigens keine Beleidigung aber den beiden würde ich wirklich sagen geht in Psychiatrie auch ich meine ist halt nicht beleidigend aber nachdem man sich da erlebt habe würde ich denen das sagen ich will mittlerweile wie gesagt auch nichts mit mit denen zu tun haben ich versuche auch mit die aus jedem Video so gut es geht rauszuschneiden wenn die beispielsweise allein schon nur einen Raid gemacht haben versuche ich das rauszuschneiden aber man schafft das halt nicht immer unbedingt weil das in wichtigen Momenten vor dem spielen war aber ja ich versuche neue Collapse zu machen ich versuche mich mit anderen zu verstehen ich weiß dass ich selber Probleme habe aber ganz ehrlich wer hat sie nicht wer hat nicht seinen Laster zu tragen und es ist nach wie vor sehr sehr schwer überhaupt jemanden zu finden mit dem man sich halt versteht der halt auch öfter Zeit hat der dieselben Spiele wie einer selbst spielt das ist sehr sehr schwer ich vertraue halt mittlerweile nicht mehr jedem Content Creator und vor allen Dingen bei weiblichen Content Creator sage ich sowieso tschau nicht aus Sexismus sondern wegen den schlimmen Erfahrungen ganz ehrlich wenn ihr weiblich seid oder sein wollt dann seid das seid so wie ihr seid also ihr könnt sein wer auch immer ihr wollt Hauptsache ihr tut andere Menschen nicht weh oder anderen Lebewesen gehen in den Schritten mal eher das wäre dann schon ein bisschen sehr krass das ist so ziemlich alles was es dazu zu sagen gibt ich hoffe ich konnte damit alle Fragen beantworten dieses Video fand ich persönlich war sehr wichtig dass ich das jetzt mal langsam mache wenn irgendwer in Zukunft auch nochmal fragt warum gab es eine collab pause beziehungsweise warum vertraust nicht anderen content quältern sofort dann schicke ich ihnen einfach diesen Link zu diesem Video hier und dann könnten sie sich das nochmal anhören ich wiederhole es wird im verlauf des Tages kein weiteres Video geben vielleicht ein stream aber kein Video ich bin auch froh dass ich das jetzt nochmal von mir von der Seele geredet habe weil es war wirklich nötig darüber nochmal anständig zu reden ich hoffe auf jeden Fall dass euch das Video gefallen hat also wenn ihr wollt könnt ihr ein Like da lassen müsst ihr nicht könnt ihr ich würde auf jeden Fall gerne eure Meinung hören zu dem was ihr gehört habt und ja ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Video wieder bis dann sage ich aber mal ciao und bis dann